Norddeutscher Rundfunk 2021 Aus der Ruhe und dem inneren Frieden wurde nichts. Sie sind Engländer. Ratet mal, wie die beiden heißen. James Bond, Macdonalds. Bob Verwee. Und sein Vorname ist Charles. Und Ira Gemma. Hier in der Normandie. Genau da, wo Flaubert sein Meisterwerk geschrieben hat. Die Prinzessin von Clare finde ich besser. Und ich Call of Duty. Es wäre mir lieber, du nimmst Drogen, als ständig so einen Schwachsinn zu verzapfen. Die Leute denken immer, das Leben auf dem Lande wäre romantisch, aber man muss innerlich sehr stark sein, um nicht trübsinnig zu werden. Oh ja? Oder aber man trinkt Kalvar. Möchten Sie probieren? Der ist stark. Ein Kalvar eben. Ein Kalvar. Woh-oh-oh